Der wichtigste Ratschlag in deinem Leben? Nicht aufgeben, egal wie schlimm oder schwierige Situationen scheinen. Wer bist du und was machst du? Ich bin Leonie, ich bin Veranstaltungstechnikerin in der Abteilung Presse. Was ist das Coolste an deiner Ausbildung? Die neuen Geräte und die Programme und die super netten Arbeitskollegen. Was ist die größte Herausforderung? Schnell zu reagieren und immer eine Lösung zu finden. Worum geht es in deiner Ausbildung? Veranstaltungen planen und aufbauen. Wie bist du zu der Ausbildung gekommen? Durch eine Ausschreibung am Karriereportal. Welche Eigenschaften sollte man mitbringen? Geduld, etwas Erfahrung und viel Interesse. Ein typischer Tag in deiner Dienststelle? In der frühen Besprechung, danach zusammenpacken, zum Veranstaltungsort fahren, aufbauen und meist am selben Tag auch noch abbauen. Warum mir mein Lehrberuf besonders gefällt? Diese vielen Möglichkeiten, diese Vielfalt, die netten Menschen, die Berufsschule und man lernt einfach nie aus. Was du wissen solltest? Man braucht viel Geduld, aber schlussendlich hat man immer ein tolles Ergebnis. Warum eine Lehre beim Land Oberösterreich? Man hat beim Land Oberösterreich tolle Möglichkeiten, sich weiterzubilden als Lehrling. Das ist das, was ich für Sie. Vielen Dank.